Musik Eine Person wurde dabei von einem Fahrzeug gegen eine Haltestelle gedrückt und war vermutlich eingeklemmt, konnte aber durch die Rettungsdienstkräfte direkt ohne technische Rettung behandelt werden. Musik Der Bus hat den ersten Ring gequert. Aus welcher Ursache? Das ist jetzt Teil der Ermittlungen. Eine technische Ursache kommt in Frage, aber auch menschliches Versagen ist nicht auszuschließen. Musik 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 Vielen Dank.